Hallo Leute, um mit Niks Worten zu sprechen, hey, heute werden wir nicht hier im Chill bleiben. Wir verraten aber nicht, wo es hingeht. Wir nehmen euch einfach mit auf eine kleine Reise durch diesen Regentag, einfach mal woanders hin, entfliehen dem Normalen und ja, lasst euch einfach überraschen, wo es hingeht. Oder, Nik? Ja, richtig. Das heißt, ich kann mich mal erzählen und erzähle euch auch mal kurz was, weil ihr kennt mich ja inzwischen auch schon. Ich bin der Typ, der seinen Mund nicht halten kann mit den vielen Tipps. Deswegen, dann bin ich jetzt mal ganz frech und zeig mal kurz mal was rein, wo vielleicht was... Oh. Ey, kann man nicht so viel. Hey, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ey, jetzt noch mal, echt noch. Los geht's. So, cool. So, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier auf dieser Seite.